So, bevor es hier losgeht, möchte ich euch noch gerne auf unseren Partner Penta Hotels aufmerksam machen, denn Penta Hotels bietet euch ein sehr cooles und internationales Lifestyle Hotel Konzept. Egal ob ihr im Business oder in eurer Freizeit unterwegs seid, Penta ist super unkompliziert, absolut zum Wohlfühlen und hat dabei, wie ich finde, echt gute Preise. Mega cooler Internetauftritt, super einfacher Buchungsvorgang, das hat man ja auch nicht immer, stylische Zimmer, all das und viele weitere Features werden dafür sorgen, dass ihr Penta Hotels genau wie ich lieben werdet. Falls ihr das nicht eh schon tut. Ich muss sagen, die Art und Weise, wie Penta Hotels Design, Komfort und Extravaganz miteinander verbindet, lässt mein Rebellenherz sofort höher schlagen. Und jetzt kommt das Beste. Für euch da draußen, ihr Markenrebellen, gibt es exklusiv bis zum 28.02.2018 einen 20% Rabatt Gutschein auf eine Hotelbuchung in einem der Penta Hotels. Wie das Ganze funktioniert, erfahrt ihr am Ende des Podcasts. Jetzt geht es aber erst einmal weiter hier. Der Markenrebell-Podcast. Spannende Interviews, wertvolle Strategien und provokante Botschaften für Führungskräfte und Unternehmer. Stell dich den Herausforderungen der Digitalisierung und setze als Marke ein Zeichen. Von und mit Markenrebell Norman Glaser Ecosystems. Die nächste Stufe des digitalen Wandels. Die Zahl der digitalen Produkte und Geschäftsmodelle nimmt stetig zu. Dennoch fehlt vielen Unternehmen ein umfassendes und zukunftweisendes Verständnis von Digitalisierung. Es ist eben nicht damit getan, einen Online-Shop oder eine App aufzulegen, sondern es ist erforderlich, das gesamte Kerngeschäft zu hinterfragen und neu auszurichten. Besonders wichtig wird aber auch der Blick in die digitale Umwelt. Denn zukünftige digitale Geschäftsmodelle werden von der Vernetzung und Interaktionsfähigkeit digitaler Systeme und ihre Betreiber leben. Bereits vor 25 Jahren veröffentlichte James F. Moore seine Theorie der Business-Ökosysteme. Auch wenn die Digitalisierung hier nur eine kleine Rolle spielte, lässt sich das Prinzip auf heutige digitale Systeme übertragen. Mit der Entwicklung digitaler Plattformen sind bereits um die Jahrtausendwende die ersten digitalen Ecosystems entstanden. Anbieter wie Amazon begannen, Leistungen zu individualisieren und zahlreiche Produkte und Services aus einer Hand anzubieten. Durch die Weiterentwicklung der Technik wurden Leistungen skalierbar und man konnte nun das Kauf- und Nutzerverhalten der Kunden genau erfassen, um daraus noch passgenauere Angebote zu entwickeln. Apple, Google oder Facebook stellen ebenfalls solche digitalen Ökosysteme dar, die mit einer einfachen Dienstleistung oder einem Produkt angefangen haben und heute unterschiedlichste Dienste innerhalb eines Ökosystems anbieten. Der Begriff des digitalen Ökosystems geht aber noch weiter. Heute werden die Innovationszyklen immer schneller und mit ihnen die Erwartungshaltung der Kunden nach möglichst vielen Leistungen aus einer Hand und einer optimalen User Experience. Hier liegt es nahe, dass verschiedene Unternehmen mit ihren speziellen Stärken und Kompetenzen gemeinsam ein digitales Ökosystem entwickeln. Nach heutigem Erkenntnisstand können, ausgehend von der Systematik des Marktforschungsunternehmens Gartner, drei verschiedene Arten von digitalen Ökosystemen unterschieden werden. Die Unterscheidung zwischen Driver, Partner und Marketmaker berücksichtigt dabei auch Beziehungen zu anderen Märkten, Organisationen und Kunden. Driver Hiermit wird ein System bezeichnet, welches von einem Unternehmen oder einem Industriezweig vorgegeben wird und dem sich andere Marktteilnehmer anpassen. Als Beispiel lässt sich auch hier Amazon nennen. Die Plattform hat mit seinem Konzept nicht nur andere Online-Shops maßgeblich geprägt, sondern hat diese zum Teil in sich aufgenommen. Partner Bei diesem System verfolgen alle Beteiligten das gleiche Ziel und streben eine Win-Win-Situation an. Ein solches Ökosystem bildet beispielsweise einen Flughafen, wo die verschiedenen Services von Airline, Flughafenbetreiber, Zoll etc. miteinander im Austausch stehen und aufeinander angewiesen sind. Marketmaker Hierbei handelt es sich um zentrale Plattformen, die Angebot und Nachfrage bestimmter Dienstleistungen abgleichen, wie beispielsweise Uber oder Airbnb. Warum digitale Ökosysteme? Dr. Johannes Winter, Leiter der Geschäftsstelle für lernende Systeme an der ACATEG, beschreibt die neuen Ökosysteme als eine Balance aus Wettbewerb und Kooperation mit dem Ziel, Innovationen auf den Weg zu bringen. Verbunden in einem Netzwerk entwickeln Partner und Kunden gemeinsam solche Systeme. Die Entwicklungsfähigkeit und Netzwerkdynamik wird dabei umso stärker, je mehr Nutzer das System einsetzen. Als Beispiel für solch einen positiven Rückkopplungseffekt nennt Winter das System aus iPhone-Nutzern, Apple und App-Entwicklern. Unabhängig voneinander arbeiten Tausende von Entwicklern an Anwendungen für Millionen von Usern, verbunden über das Apple-System. Hierbei wirkt sich das Wachstum der User auch auf die Anzahl und Qualität der entwickelten Apps aus und umgekehrt. In Deutschland entstehen zunehmend digitale Systeme in Partnerschaft. So bildet beispielsweise das Deutsche Krebsforschungszentrum und das Berliner Charité zusammen mit dem Software-Riesen SAP ein Ökosystem für die dezentrale Patientenversorgung. Hierbei bündeln Ärzte, Krebsspezialisten und Datenexperten ihr Know-how und Wissen auf einer Plattform, um auf diese Weise optimale Therapien für Patienten zu finden. Andere Branchen stehen noch am Anfang. Aber auch hier lässt sich bereits jetzt die Notwendigkeit von vernetzten Partnerschaften absehen, die über Plattformen und konnektive Technologien miteinander interagieren. So bildet ein Smart Home ebenfalls die Basis für ein digitales Ökosystem. Leistungen verschiedenster Anbieter für Energie, Unterhaltung, Strom etc. können dem Nutzer über eine Plattformlösung zur Verfügung gestellt werden. Auch in der Automobil- und Logistikbranche werden solche Systeme zunehmend entstehen und an Tragweite gewinnen. Zentral hierbei sind Smart Services, welche physische und digitale Dienstleistungen miteinander verbinden. Hinzu kommt der wichtigste Rohstoff für digitale Geschäftsmodelle – die Daten. Handlungsempfehlungen Bei der Entwicklung ihrer digitalen Geschäftsmodelle müssen Unternehmen demnach verschiedene Faktoren berücksichtigen. Zum einen müssen Technologien, Produkte und Services möglichst offen und integrationsfähig sein. Umso vielfältiger die Anknüpfpunkte sind, desto umfangreicher sind die Einsatzmöglichkeiten und die Auswahl potenzieller Partner. Darüber hinaus gilt es jenseits der technischen Ebene, das Unternehmen für Partnerschaften und Kooperationen zu öffnen. Für den Erfolg solcher digitalen Ökosysteme lassen sich folgende Empfehlungen geben. Konkrete Ziele Gemeinsam entwickelte Konzepte sollten Ziele und gewünschte Ergebnisse möglichst konkret benennen. Alle Partner sollten dabei darauf vertrauen können, dass Ressourcen, Investitionen und Verpflichtungen fair aufgeteilt werden. Kundenzentrierung Kundenzentrierung Im Mittelpunkt der gemeinsamen Bemühungen stehen die Anforderungen und Bedürfnisse der Kunden. Diese gilt es so gut wie möglich zu identifizieren, um die Wertschöpfungskette konsequent auf den Kunden auszurichten. Innovative und offene Unternehmenskultur Unternehmen müssen die Netzwerk- und Sozialkompetenzen ihrer Mitarbeiter fördern sowie Prozesse etablieren, die einen schnellen und effektiven Wissenstransfer ermöglichen. Mit digitalen Tools, Kreativmethoden wie Design Thinking und der Einrichtung von digitalen Units wird zudem die Innovationskraft gesteigert. Lean Management Kurze Entwicklungszyklen, Prototyping, interaktive Produktlaunches und Lerneffekte auf der Basis von Kundenfeedbacks erzeugen Agilität und eine effiziente Nutzung der Ressourcen. Review der Betriebsmodelle Festgefahrene und mit der Zeit ineffizient gewordene Abläufe im Unternehmen müssen überprüft und angepasst werden. Hierbei ist insbesondere auch die Anschlussfähigkeit an externe Netzwerkpartner zu berücksichtigen. Kommunikation Jede Arbeitsphase mit Netzwerkpartnern erfordert eine entsprechende Kommunikationsform. Bei einigen Themen ist eine Vis-à-vis-Kommunikation angebracht, andere lassen sich per E-Mail oder Chat klären. Etablierte Prozesse können über Kollaborationsplattformen abgebildet werden. Recht am geistigen Eigentum Im Zusammenhang mit technischen Neuerungen und Entwicklungen spielen häufig Marken-, Urheber- und Patenrechte eine große Rolle. Hier ist es wichtig, frühzeitig Ansprüche gelten zu machen und entsprechende Schritte einzuleiten. Innovation durch agile Netzwerke Auch wenn es zunächst Zeit und Geld kostet, so müssen sich Unternehmen heute neu aufstellen, um weiter zukunftsfähig zu bleiben. In einem globalen und hochtechnisierten Geschäftsumfeld sind viele Unternehmen auf Kooperationsnetzwerke angewiesen. Geschäftsmodelle, Abläufe und die Unternehmenskultur sollten daher vor dem Hintergrund ihrer Netzwerkfähigkeit und Agilität überprüft werden. Produkte, Prozesse und Services benötigen eine hohe Anschluss- und Integrationsfähigkeit. Durch die Zusammenarbeit mit Partnern auf Augenhöhe lässt sich nicht nur das Wachstum steigern, sondern man erhält Einblick in neue Arbeitsweisen, bündelt Kompetenzen und erschließt innovative Wertpotenziale. Hier noch einmal der Hinweis auf unsere exklusive Gutscheinaktion mit unserem Partner Penta Hotels. Viele von euch werden diese kultigen Hotels wahrscheinlich schon kennen. Für alle anderen sei noch einmal erwähnt, wie cool und unkompliziert die Buchung und ein Aufenthalt im Penta-Universum ist. Denn Penta ist außergewöhnlich, ist Lifestyle pur und man kann sich hier wirklich rundum wohl fühlen. Das kann ich versprechen. Also wie schon angesprochen bis zum 28.02.2018 bekommt ihr einen 20% Rabattgutschein auf eine Hotelbuchung bei Penta Hotels. Dazu gebt ihr bei eurer Buchung auf www.pentahotels.com in der Buchungsmaske den Promotion-Code Markenrebell ein. Vielleicht nutzt ihr den Gutschein für einen Städtetrip oder wieso nicht das nächste Team-Meeting mal in einer inspirierenden Atmosphäre starten. Und vergesst nicht, mir unbedingt ein Foto davon zu schicken. Viel Spaß und vielleicht sehen wir uns ja in einem der Penta Hotels. In diesem Sinne, ciao und bleibt rebellisch. Hier noch eine wichtige Info für alle, die unter euch, die sich mit dem normalen E-Mail-Newsletter nicht zufrieden geben können, die noch ein paar Deep Dives vertragen können und zusätzlich eine wertvolle Content-Lieferung auf ihr Smartphone für clever halten. Denen empfehle ich unbedingt unseren neuen und vor allem kostenlosen Messenger-Service. Ganz egal, ob ihr WhatsApp, Facebook Messenger, Insta oder Telegram verwendet, wir liefern euch alle neuen Podcast-Folgen natürlich unseren monatlichen Ratgeber als E-Book sowie weitere spannende Informationen frei Haus in eure Lieblings-App. Und das alles kostenlos und ohne Werbespam. Das verspreche ich euch. Geht dafür einfach auf unsere Website www.markenrebell.de und klickt im Menü oben auf den Punkt Service. Probiert es einfach mal aus. Es ist kinderleicht und seid gespannt, was hier in den kommenden Wochen so alles abgeht. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, wären wir euch sehr verbunden, wenn ihr euch kurz Zeit nehmen könntet und uns eine Bewertung bei iTunes dalasst. Das dauert nur wenige Sekunden und ihr helft damit, dass auch andere diese Informationen erreichen und wir diesen Podcast für euch noch viel, viel besser machen können. That's it. Alle Informationen wie immer in den Show Notes. Nur das Beste für euch und bleibt rebellisch. Bis bald. Ciao. Bis bald.